Sie hören eine technische Versuchssendung auf der Frequenz 6.115 Kilohertz, entsprechend 49,03 Meter. Die Strahlungsleistung beträgt 1 Kilowatt. Unser Senderstandort ist der Großraum Gera in Thüringen, Deutschland. Zukünftig können Sie auf dieser Frequenz die Programme von Radio Seda 2 empfangen. Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Versuchssendung wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Anschrift. Diese lautet se-ta.web.de. Ich wiederhole se-ta.web.de. Wir freuen uns, Ihnen auf der Kurzwelle ein alternatives Radioprogramm anbieten zu können und wünschen Ihnen einen guten Empfang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 115 Kilohertz, corresponding to 49.03 Meter. The radiation power is 1 Kilowatt. Our transmitter is located in the area of Gera in Thuringia, Germany. In the future, you can listen on this frequency to the programs of Radio Seda 2. If you have any questions or comments about this test transmission, please contact us at our e-mail address, which is se-ta.web.de. I repeat, se-ta.web.de. We are pleased to be able to offer you an alternative radio program on shortwave and wish you a good reception. We are pleased to be able to offer you an alternative radio program on shortwave speed, and stay in the future and 위Time. Stop texting. Vielen Dank.